Hallo zu einem neuen Video aus der Reihe Auswandern, Deutschland, Kanaren, Norwegen. Ich habe elf Jahre auf den Kanaren gelebt. Wer meine bisherigen Videos dazu noch nicht gesehen hat, der sollte sie sich ansehen. Meine Erfahrungen, meine Tipps, meine Infos in diesen Videos, die stammen also aus tatsächlich Erlebtem, aus realen Situationen und nicht etwa aus irgendwelchen zusammengesuchten Informationen aus dem Internet oder aus ein paar Urlauben oder aus einem kurzen Intermezzo, einer Auswanderung von vielleicht fünf, sechs Monaten. Ich sage das explizit, weil ich manchmal Kommentare unter meinen Videos erhalte, wie zum Beispiel, nein, auf den Kanaren ist alles safe, es regnet ausreichend, es ist grün. Entweder sind das Leute, die mit der Tourismusindustrie zu tun haben oder zu viel Wolken losgeschaut haben oder eben vielleicht Immobilien dort verkaufen wollen. Oder derjenige ist aus seinem Fünf-Sterne-Golf-Hotel nicht rausgekommen und hat neben seinem Rasensprengler gewohnt. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten und über das Licht auf den Kanaren wird ja schon genug berichtet. Daher berichte ich über die Schattenseiten. Was ihr wissen solltet, was ihr wissen müsst, um euch vor Schaden zu bewahren und euch auch Geld zu sparen. Also bleibt dran! Natürlich könnt ihr auch mit einem eigenen Auto einreisen und das eigene Auto auch dort zulassen. Die Grundvoraussetzung dafür habe ich schon mal im letzten Video beschrieben. Zunächst einmal muss er mindestens sechs Monate auf euren Namen, eure Kennzeichen gefahren worden sein. Dann muss der Wagen eine sogenannte EU-Homologationsnummer im Fahrzeugschein besitzen. Das heißt, ich glaube, das ist die Nummer 2.2. Wenn das soweit der Fall ist, ist das eigentlich relativ wenig problematisch. Problematisch wird das Ganze allerdings, wenn ihr irgendwelche Anbauteile habt, die nicht serienmäßig in dieser Homologation eingetragen sind. Wie zum Beispiel eine Anhängerkupplung, einen Spoiler, einen Bullenfänger, ein spezieller Dachträger, spezielle Alufelgen, Breitreifen, was auch immer. Habt ihr eine deutsche Anhängerkupplung, bedeutet das noch lange nicht, dass ihr die in Spanien überhaupt benutzen dürft. Also auch dahingehend bitte vorher informieren. Ansonsten geht es in diesem Video halt in erster Linie um den Gebrauchtwagenkauf. Da entfallen solche Problematiken natürlich. Ihr braucht eine sogenannte Nier-Nummer und ihr braucht vorausgehend dafür einen festen Wohnsitz auf den Kanaren. In Spanien natürlich genauso. Was ihr des Weiteren braucht, ist ein Bankkonto in Spanien, da oftmals viele Versicherungen, viele Zulasser keine ausländischen Konten akzeptieren. Auch kann es sein, dass manche Versicherer eine spanische Kreditkarte verlangen. Sollte man meinen, Visa ist Visa und Master ist Master, dem ist aber nicht so. Zum Beispiel die Linea Direkta, die ich hatte und ich eigentlich auch empfehlen kann, die akzeptierte nur eine spanische Kreditkarte als Versicherungsgarantie, beziehungsweise um ihre Gebühren, ihre Beträge einzuziehen. Wir haben beide Wege beschritten, das heißt wir haben ein Fahrzeug eingeführt, in dem Fall mein Motorrad, eine uralte Militär-MZ. Wenn das interessiert, dazu gibt es auch einige Videos hier auf meinem Kanal. Ich verlinke mal was. Und natürlich haben wir uns für einen Gebrauchtwagenkauf auf der Insel entschieden. Und da haben wir schon so ein paar Fehler gemacht, die man, manch einer würde sagen, blauäugig macht. Aber letztendlich muss man in vielen Bereichen einfach lernen, die Situation und das Leben zu leben. Und so war es auch in diesem Fall. Wir haben uns für ein 4x4-Fahrzeug entschieden und Sommer, Sonne, Sonnenschein. Dann dazu noch für ein Cabrio, ein Hardtop. Ein 4x4-Fahrzeug braucht man im Prinzip nur, wenn man wirklich ländlich wohnt. Ansonsten ist es unsinnig, da die Straßen auf den Kanaren doch recht gut ausgebaut sind. Wenn man natürlich vorhat, oft entlegene Strände aufzusuchen oder wirklich im Campo irgendwas machen will, dann kann man sowas gebrauchen. Ansonsten ist es Unfug und vor allen Dingen teuer. Nicht nur teurer in der Anschaffung, sondern auch teurer im Unterhalt, in der Reparatur. Ein Cabrio mag für viele jetzt sehr verlockend erscheinen. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich dann die Touristen mit gemieteten Cabrios da durch die Gegend fahren sehe. Kein Einheimischer käme auf die Idee, sich ein Cabrio anzuschaffen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und zwar aus zwei Hauptgründen. Nämlich das, wo man eher meint, das wäre toll und positiv. Die Sonne, die versenkt einem nämlich das Gehirn. Das heißt, man sucht eher Schutz vor ihr und deswegen braucht man ein Dach über dem Kopf. Und der zweite Punkt ist die Diebstahlgefahr. Die Diebstahlgefahr ist nun mal wesentlich höher. Und gerade wenn man einen Hardtop hat, wo man sich entscheiden muss, eben habe ich das Dach drauf oder nicht drauf, muss man sich dann noch entscheiden, kann ich in diese Region fahren und mein Auto da abstellen oder kann ich mein Auto da nicht abstellen. Also ich möchte von einem Cabrio ganz dringend abraten. Und ein 4x4 braucht man nur dann, wenn man wirklich rural fährt. Denn Offroad fahren, was sich dann viele so in ihrem Auswandertraum auch vorstellen, ist auf den Kanaren streng verboten. Ach ja, es gibt noch einen Grund, der gegen ein Cabrio spricht. Und das ist der Staub, der Sand. Nicht nur, wenn der Wind von der Sahara weht und ihr jede Menge Kalima-Staub ins Gesicht kriegt, sondern auch wenn ihr an der Küste parkt oder an der Küste fahrt am Strand, dann könnt ihr ganz schnell aussehen, so wie hier in dieser Szene. Grundsätzlich würde ich jedem zu einem Neuwagenkauf auf den Kanaren raten, sofern er dort länger bleiben möchte. Wenn ich mir das Ganze natürlich erstmal anschauen will und gucken will, ob das überhaupt das Richtige für mich ist, dann führt wahrscheinlich einem Gebrauchtwagen nichts vorbei. Warum ich zu einem Neuwagenkauf rate, das wird euch vielleicht schon im Verlauf dieses Videos klar. Wenn man sich schließlich für den Gebrauchtwagenkauf in Spanien oder auf den Kanaren entschieden hat, dann ist es wichtig, die Mentalität der Einheimischen zu verstehen. Oder anders ausgedrückt, seine eigene Mentalität. Ich gehe mal davon aus, dass du auch Mitteleuropäer bist. In südlichen Ländern haben die Leute selten genug Geld, sodass sie sich, wie es zum Beispiel hier üblich ist, oder wahrscheinlich auch noch in Deutschland, sich alle zwei oder vier Jahre Neuwagen zu leisten. Sondern die Leute haben wesentlich weniger Geld und selbst beim Gebrauchtwagen wird dann gespart. Das heißt, man gibt kaum Geld für Inspektionen aus und repariert nur das Allernotwendigste. Also Scheckheft gepflegt und das in der Vertragswerkstatt, das ist auf den Kanaren insbesondere sehr, sehr selten. Und hierin liegt natürlich ein wichtiger Grund, warum Einheimische ihre Autos verkaufen. Sie haben einen Schaden an dem Auto und können sich die Reparatur nicht leisten, also verkaufen sie das Auto. Daher sollte man immer bei einem Privatkauf von einem Gebrauchten mit diesem Fahrzeug zu einer Werkstatt die sich damit auskennt und der man vertraut und das Auto ordentlich durchchecken. Ein weiterer Nachteil vom privaten Autokauf in Spanien ist, dass die Autos ihr Leben lang das gleiche Kennzeichen behalten. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel Multas Strafzettel noch auf dem Auto drauf sein können oder sogar, dass eine Bankhypothek das Auto belastet. Darüber kann man sich zwar informieren, aber das ist nicht ganz einfach. Das macht man beim spanischen DGT. Auch ist es so, dass in der Regel bei einem privaten Autokauf erwartet wird, dass entweder ihr die kompletten Kosten der Ummeldung bezahlt oder zumindest das Ganze geteilt wird. Also auch diese Kosten muss man mit einkalkulieren. Die sind in Spanien gar nicht so wenig. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, aber es sind auf jeden Fall um die 100 Euro. Meistens wird es bei einer Restoria gemacht und das ist dann noch teurer. Natürlich könnt ihr das auch direkt beim DGT machen. Wie gesagt, viele verkaufen ihr Auto nur, weil das Auto zu reparieren ist, weil sie sich die Reparatur nicht leisten können oder weil sie Geld brauchen. Das heißt, man sollte nicht erwarten, dass man irgendwo einen guten Todo-Terreno, das heißt einen 4x4-Wagen, zu einem wirklich rationalen Preis entdeckt. Solche Autos werden nur verkauft, wenn man sie verkaufen muss oder eben, wenn sie zu reparieren sind. Das bedeutet aber auch, dass man dahingehend die südländische Mentalität verstehen muss. Das heißt, die folgt nicht unbedingt der Marktwirtschaft von Angebot und Nachfrage. Denn gerade die Kanaren ertrinken nur so in Autos, aber die Gebrauchtpreise sind tatsächlich höher als in Deutschland und, wie ihr gleich noch sehen werdet, höher als in Norwegen. Du hast es auch bei vielen gebrauchten Sachen, die dort angeboten werden, dass mehr ein ideeller Preis verlangt wird, sei es Immobilien, aber auch eben einfache Sachen wie Smartphones oder sowas. Da darf man nicht unbedingt mit einem marktgerechten Preis rechnen, sondern man zahlt so eine Art Schmerzensgeld-Obulus dafür, vielleicht auch der Mentalität geschuldet, dass man, wenn man kein Geld hat und etwas verkaufen muss, dann natürlich ganz besonders reich danach sein möchte. Das ist so die Logik. Was daran oft endet, dass eben das Ganze gar nicht verkauft wird, aber vom Preis runtergegangen wird da auch eher selten. Da habe ich noch folgende Geschichte und zwar haben wir uns einen Wagen angeschaut. Den habe ich auch tatsächlich einem versierten Mechaniker vorgeführt. Da waren so ein paar kleine Mängel dran und ein paar so merkwürdige Sachen, wie dass eine Beule von innen in der Motorhobbe nach außen war. Wahrscheinlich auch irgendwas geschraubt und der Schraubenschlüssel durch die Gegend geflogen. Naja, trotzdem habe ich mich entschieden, diesen Wagen zu kaufen, nach zweimaliger Besichtigung. Und schließlich haben wir uns verabredet, zu treffen, um eben die Übergabe zu machen, schriftlich und das Geld. Und auf dem Weg dahin erhielt mir ein Anruf, man hätte sich das anders überlegt. Die Frau, die wollte den Wagen doch unbedingt behalten. Ja, da hat man das Geschäft einfach wieder gecancelt. Sowas kann eben auch passieren. Die andere Story sind Altausgewanderte, die euch helfen wollen, in Anführungszeichen. Und da haben wir mit Grüße an Horst einiges erlebt. Zunächst sollte mir einen Wagen flott machen, der bei einem Canario seit Ewigkeiten stand. Auch ohne Papier und alles. Und er würde das angeblich innerhalb von zwei Wochen fertig machen. Wir waren Urlaub, kamen wieder. Nichts war passiert. Dafür hat er trotzdem Geld genommen, dafür, dass er sich den Wagen vermeintlich angeschaut hat. Er hat natürlich nichts gemacht in der Zeit. Dann wollte er mir eine Kleinigkeit reparieren, einem Gebrauchtwagen, den ich von einem gekauft hatte, der eigentlich im guten Zustand war. Ölwechsel sollte gemacht werden und eine Achsmanschette. Und das Endergebnis war, dass der Wagen danach Schrott war. Das heißt, er hat ihn so vergeigt mit Schraubenschlüsseln und keine Ahnung im wahrsten Sinne des Wortes, dass der Wagen verschrottet werden musste. Aber da habe ich ja schon in einem der letzten Videos vorgewarnt. Nun könnte man annehmen, dass es dann die beste Variante ist, wenn man schon mehr Geld ausgeben muss für einen Gebrauchten, sich diesen bei einem Gebrauchtwagenhändler zu holen. Da hat man zumindest sechs Monate Garantie drauf und hat die Ummeldung zum Beispiel inkludiert. Man kann den Wagen direkt mitnehmen auf eigenem Namen und alles ist fein, sollte man meinen. Allerdings bekommt man Gebrauchtwagen auf den Kanaren nicht bei einem Vertragshändler, also man wird einen Renault nicht bei einem Renault-Händler bekommen, sondern dafür gibt es spezielle Gebrauchtwagenhändler. Und das sind in vielen Fällen doch so richtige Schiffschaukelbremser. Das heißt, die wissen natürlich ganz genau, dass die Leute, von denen sie die Gebrauchtwagen haben, meistens Schrottkisten anliefern und die möbeln sie dann entsprechend auf. Manchmal kommen richtige Unfallwagen da an. Ich habe das selber schon gesehen. Auch unser Wagen, den wir zu Schrott gefahren haben, beziehungsweise der aufgrund eines Mangels, den der Wagen schon vorab hatte, ja, der wurde auch später wieder zum Kauf angeboten. Um auf den Fall genauer einzugehen, wir hatten uns einen Suzuki Jimny geholt und der hatte sehr, sehr wahrscheinlich einen Dreieckslängerbruch vorne an der Radaufhängung gehabt, wodurch der Wagen später bei der Fahrt über einen etwas größeren Stein von der Spur abkam und sich überschlug. Also lebensgefährlich unter Umständen, sich einen Gebrauchtwagen zu holen. Wir mussten mit diesem Wagen aber auch schon vorher wieder zu diesem Händler fahren, da zum Beispiel die Nebelschlussleuchten nach der Instandsetzung nicht angeschlossen waren und richtig verdrahtet waren an den entsprechenden Knopf. Ihr müsst also bei einem Gebrauchtwagenhändler genauso damit rechnen, dass der Wagen eigentlich Schrott war oder ist, wie wenn ihr den privat kauft. Also ihr solltet euch genauso auskennen damit oder damit eben zu einem Mechaniker fahren, dem ihr vertrauen könnt. Wenn ihr bis hier noch nicht abgeschreckt seid von einem Gebrauchtwagenkauf in Spanien, dann ist natürlich die Frage, wie komme ich denn an einen Gebrauchtwagen? Das ist zuerst mal die Möglichkeit, das wirklich live im Leben zu finden. Das heißt, an vielen Autos steht einfach an der Rückscheibe und an der Seitenscheibe Te Interessa oder Occasion und darunter eine Telefonnummer. Da könnt ihr dann anrufen und eben entsprechend bequatschen, ob ihr den Wagen mal anschauen wollt. Und da lohnt es sich vielleicht mal eine halbe Stunde früher zum Besichtigungstermin zu fahren, sofern man eben denjenigen direkt aufsucht und sich nicht irgendwo trifft, was eben meistens verlangt wird. Und da erlebt man solche Sachen, wie das Werkzeug noch irgendwo am Auto liegt oder dass eine Öllache noch unter dem Auto liegt, bevor es dann umgeparkt wird und an einer anderen Stelle abgestellt wird oder es eben jemand sogar noch am Auto schraubt. Gebrauchtwagenhändler findet man fast wie Imbissbuden an beinahe jeder Hauptstraße einer größeren Stadt. Die andere Möglichkeit ist, die Webseite Milanuncius.com das ist so vergleichbar mit Ebay Kleinanzeigen und in Spanien die größte Webseite, wo ihr alle möglichen gebrauchten Sachen findet. Das zeige ich euch jetzt mal ganz genau. Um das Gesagte ein bisschen zu veranschaulichen, rufe ich jetzt hier die spanische Webseite Milanuncius auf, die vergleichbar ist zum Beispiel mit Ebay Kleinanzeigen. Hier finden sich Angebote von professionellen, aber eben auch privaten Anbietern. Da findet man alle möglichen Rubriken von den Immobilien, Autos bis hin zu Fotoapparat oder Computer, was auch immer. Wir rufen natürlich die Rubrik Motor auf. Früher stand da glaube ich Coaches. Und da suchen wir uns nochmal das Auto, was wir letztes Jahr hier in Norwegen gekauft haben. Das ist ein Kia Soul e.V. Und tatsächlich, ja, hier finde ich sogar das Auto, das identische Auto, das wir gekauft haben mit dem gleichen Baujahr, nur ungefähr 10.000 Kilometer weniger. Kostet allerdings hier in Spanien, ich gucke mal gleich, welche Region das ist, 17.100. Wir haben bezahlt umgerechnet ungefähr 9.000 Euro. Allerdings muss man generell sagen, die Preise für Elektrofahrzeuge sind explodiert im letzten Jahr. Doch dieser Preis ist wirklich auch hier in Norwegen mehr als unverschämt, eigentlich nicht verkauft war bei dem Preis. Also weiß man schon Bescheid, Elektrofahrzeuge in Spanien richtig, richtig teuer. Wobei man beachten muss, in Spanien ist in vielen Regionen der Strompreis nicht sonderlich niedrig. Und wo man dort die nächste Ladestation hat, sofern man sie nicht am Haus installiert hat und nur von A nach B fährt, ist wiederum eine andere Frage. Als nächstes suche ich mal das Auto, was wir uns hier als zweites Auto gekauft haben, ein Mitsubishi Outlander Diesel. Die Laufleistung ist ungefähr gleich, das Auto allerdings vier Jahre älter und soll trotzdem 500 Euro mehr kosten. Dieses Modell ist auch vier Jahre älter, hat aber 50.000 Kilometer mehr runter, aber dennoch ein erstaunlich heftiger Preis. Und wenn der Wagen dann ungefähr das gleiche Baujahr hat, dann kostet der Wagen schon mehr als das Doppelte. Wie gesagt, kann ich Melanuncius auch nach der Region sortieren und gebe halt hier mal Las Palmas ein. Das ist die Hauptinsel der östlichen Kanaren. Und da bekomme ich einen drei Jahre älteren Mitsubishi Outlander angezeigt für mehr oder weniger denselben Preis. Das heißt, es würde sich sogar lohnen, mit meinem Gebrauchten aus Norwegen nach Spanien zu fahren und ihn dort zu verkaufen. Wäre ein Geschäft. Worauf man noch beim Gebrauchtwagenkauf achten sollte, ist, dass der Wagen als Turismo eingetragen ist und nicht als Fogonetta. Das gibt es auch hier in Norwegen. Und zwar sind viele kleine Kastenwagen, zum Beispiel der VW Caddy oder der Peugeot Partner oder der Renault Kangoo, die werden oft als gewerbliches Auto eingetragen, als Fogonetta. Die sind dann steuerbegünstigt, ist günstiger, aber sie sind beim TÜV strenger. Und vor allen Dingen, der TÜV ist häufiger. Das heißt, ein zehn Jahre alter Peugeot Partner, der muss alle halbe Jahr zum TÜV, sollte er als Fogonetta eingetragen sein. Auch solltet ihr darauf achten, dass derjenige, der euch das Auto verkauft, also auch der Eigentümer ist. Und nicht nur der Besitzer, der gerade mal die Papiere und den Wagenschlüssel in der Hand hält. Sonst kann es euch passieren, dass einer mit eurem Geld verschwindet und jemand anderes kommt und sagt, hey, mein Auto. So wurden tatsächlich schon Leute aufs Kreuz gelegt. Ich glaube, jetzt kann wohl jeder verstehen, warum auch ich mich zum Schluss für einen Neuwagenkauf entschieden habe. Die ganze Sache ist sicher. Man hat die Garantie. Man hat vier Jahre TÜV frei. Und obendrein sind die Neuwagenpreise auf den Kanaren niedriger als in Mitteleuropa. Das heißt, selbst wenn man die Inseln wieder aufgibt, macht man am Ende unter Umständen vielleicht noch ein Geschäft. Überlegt es euch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.